Bei seinem Besuch bei Deutschlands Survival-Papst Rüdiger Nehberg wurde Stefan zunächst eindrucksvoll gezeigt, wie man mit der blanken Hand ein Schwein fängt. Aber das war noch lange nicht alles, denn die Überlebensklaze hatte noch einen extra Sumpfparcours ausgearbeitet. Jetzt geht's los. Super, das Schlamm schwimmen. Das Schlamm Eiter. Jetzt musst du dich ein bisschen vorbereiten, ich stecke dir Watte in die Ohren, sonst kriegst du die nie wieder sauber. Ich habe Hörgeräte, aber die kann ich da auch nicht nehmen. Tu die raus. Wenn du um Hilfe schreist, das höre ich dann nicht. Ach sehr gut. Das Wildschwein hat ja... Muss ich jetzt auch? Nee, ich will meinen Oberroll nicht dreckig machen. Ich höre so gut wie nichts und jetzt höre ich gar nichts mehr. Ja, also schrei bitte kreisch. Alles klar, wir sprechen laut zusammen, wenn es dir ganz schlecht geht. Ja. Wir unterbrechen unseren Beitrag für einen wichtigen Hinweis. Finale! Oh! Finale! Oh! Wichtig ist beim Survival, leiden ohne jammern. Lerne leiden ohne zu klagen. Leiden ohne blablabla. Dann lauf einfach hinter mir her. Und wenn es dir schlecht geht, schreist du. Aaaaaah! Komm, so. So. Jetzt geht es um. So. Das ist super! Langsam, langsam! Das ist kalt, oder? Ah! Das ist schon ein guter Teil. Das hat ja höchstens den Grab! Ah! Ohne zu klagen. Ah! Ah! Ich bin bereit! Ah! Ah! Du hast mir das Leben gerettet, ich rette dir das nicht. Boah, das stinkt ja! Hast du da reingeschissen, oder was? Ja. Ah! Vorsicht für dich zum Baum. Ah! Hier drunter her. Hier ist schon der Baum. Was bitte? Da drunter her jetzt? Hier drunter her. Ich denke schon, das war schön. Das sieht schon aus. Jetzt! Das geht schenken los. Ah! 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 Das war ja schon mal einer Vorstellung. Was? Du hast nichts mehr. Ich sehe nichts mehr. Das stinkt ja vielleicht! Ja, du hast einen gelassen. Hier müssen wir ja drunter her tauchen. Wo müssen wir drunter her tauchen? Hier, Warte. Was, ey? Ich bin doch schon eben unter was hergetaucht. Hier unter beiden, hier liegt noch ein Baum im Wasser. Das ist ja überhaupt kein Wasser. Was ist denn das? So was. Baaah. Was für eine Scheiße. Ne, komm. Das ist doch kein Wasser hier. Kannst du mal zeigen? Das ist doch kein Wasser. Das ist doch gequirlte Scheiße. Ich komm. Boah, das stinkt wie die Sonne. Komm, komm. Komm, komm. Das ist doch kein Wasser. Achtung, dann eins, zwei, drei. Ich hab nur einen Schiss in den Ohren und ich seh nix mehr. Da geht's tief rein. Herr Neberg, dass Sie hier aber so einen Haufen hinsetzen, hätt ich nicht von Ihnen gedacht. Ja. Mann, Mann, Mann. Was haben Sie denn heute geflüchtet? Ich muss mal wieder sauber machen. Häh? Ah. Irgendwo liegen immer Bäume. Ah! Ah! Ich hab's hinter mir. Hast du zum Abschied noch jemandem was zu sagen? Ja. Wem? Den Overall. Den kriegt Elton. Falls dir was passieren solltest. Das ist gut. Okay. Los geht's. Na gut. Ah! Da ist es. Hier, komm mal auf. 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 Ja! Jetzt geht es erst los. Jetzt geht es erst los. Jetzt geht es erst los. Na gut. So, Schnell. Zum Wasserfall. Die Schweine. Das war eine sehr interessante Erfahrung für mich. Ich bin ein bisschen am Frösteln. Ihnen passiert das nicht. Mir ist es jetzt richtig warm. Ach so. Aber du warst viel besser, als ich gedacht habe. Ja, aber natürlich. Ich hoffe, wir sind quitt. Du hast mir das Leben beim Wildschwein gerettet. Sehr richtig. Ich habe dich da aus der Scheiße gezogen. Naja, Scheiße ist das Richtige. Macht das eigentlich viel Arbeit, hier den ganzen See ständig voll zu kacken? Ja, das macht viel Arbeit. Da kommt das ganze Dorf zusammen. Natürlich. Ja, dann vielen Dank, Rudi Van Heberg. Und viel Erfolg auf Ihrem Survival-Tour. Jawohl, danke. Ich gehe jetzt nochmal in die Scheiße bergen.